Mehr denn je muss die Prozessindustrie ein Optimum aus Effizienz, Sicherheit, Compliance, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit erreichen. Amazon bietet seit gut zwei Jahrzehnten mit dem PlantWeb Ecosystem ein am Markt einzigartig integriertes und auch kompatibles Portfolio, um unsere Kunden und Partner bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Die Automatisierungspyramide zeigt die unterschiedlichen Ebenen einer Anlage, die bis jetzt getrennt voneinander betrachtet wurden. Durch die neuen Digitalisierungslösungen von Emerson weiß man heute genau, welchen Zustand die Sensorik hat und stellt diesen Gesundheitszustand in Echtzeit zur Verfügung, um Anlagenstillstände oder Reduktion rechtzeitig zu verhindern. Die Idee hinter dem NOAA-Konzept ist es, durch ein Seitenband zu der Automatisierungspyramide eine Spielwiese zu schaffen, um neue Technologien zu testen und unkompliziert einzusetzen, ohne die Sicherheit des Leitsystems zu gefährden. Die digitale Transformation basiert auf dem Sammeln von Echtzeitdaten und dem schliessenden offenen Regenkreis. Die Chance der digitalen Transformation besteht darin, dies für nicht prozessrelevante Bereiche, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Sicherheit und Energie zu tun. Emerson hat eine Menge von batteriengetriebenen Wireless-Hart-Sensoren und App-Lösungen, die den Gesundheitsstatus von Assets und Anlagenteilen in Echtzeit überwachen können. Einer unserer Kunden, DSM, hat zum Beispiel erkannt, dass er durch defekte Kondensatorbleiter viel Energie verliert. Um aus den riesigen Datenmengen sinnvolle Handlungsanweisungen zu generieren, die auch einen wirklichen Mehrwert für ihre digitale Transformation darstellen, werden App-Lösungen benötigt, die entweder vor Ort, auf einem Server oder in einer Cloud laufen. Alle diese neuen Möglichkeiten, den Betrieb zu optimieren, verändern die notwendigen Fähigkeiten. Wenn kein lokales Fachwissen mehr vorhanden ist, können unsere Experten die Daten analysieren und Empfehlungen geben. Nehmen wir als Beispiel die Bewachung von Pumpen und Maschinen. Einer unserer Kunden hat die Experten von Emerson für eine Fernanalyse beauftragt. Wir haben es geschafft, via Ferndiagnose ein Lageproblem zu erkennen und es zu lösen, bevor es zum Stillstand kam. Eine weitere Technologie, die uns helfen kann, ist der digitale Zwilling. Er kann wie ein Flugsimulator eingesetzt werden. Er hilft, Operatoren in verschiedenen Situationen zu lernen und zu handeln. Emerson, mit dem umfangreichsten Portfolio über alle Ebenen hinweg, mit seiner langen Erfahrung in der Umsetzung von Projekten und der Begleitung durch den gesamten Lebenszyklus, steht bereit, um Sie in dieser neuen Ära zu begleiten.